Musik Hallo, ich bin Balony Léas-Balé. Ich bin heute mit meiner Schule Zagé-Gnasium von Götting hier. Und wir testen heute mal bei Schule Zagé-Gnasium. Musik 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 Also, es macht sehr viel Spaß, aber ich glaube, ich könnte es mir nicht vorstellen. Weil, wenn ich denke, ich könnte nicht laufen, würde mich das, glaube ich, doch ganz schön beschaffen. Also, es ist schon schwer, ich glaube, es ist schon schwer, so im Alter, diese Bordsteine oder Treppen. Oder, ich glaube, solche Rampen, hohen Rampen, könnte es damit sein. Musik 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 Es ist sehr interessant und sehr lehrreich. Wir lernen hier sehr viel über Rollstuhle und es macht auch wirklich sehr viel Spaß. Das ist auf jeden Fall eine Alternative zu einem anderen und ich hätte nicht gedacht, dass das so Spaß macht.